Ich fand die ganze Atmosphäre hier sehr cool. Die Location ist super, die Location ist total geil. Es macht einfach so eine besondere Stimmung, da hat man noch mehr Lust drauf. So ein bisschen düster und alles. Man wird erstmal drauf eingestimmt, hier mit der Dunkelheit, mit den Kerzen. Katie, Christy, ich möchte, dass ihr euch konzentriert. Für Fans ist es auf jeden Fall ein Muss. Hatschi, ihr solltet. Was zum Teufel? Ich würde sagen, hier an der Location ist es auf jeden Fall kalt in den Rückrunden gelaufen. Guck dir diese Kamera an. Oh mein Gott, die ist ja richtig. Die Effekte waren geil, definitiv. Weil es schon ein ganz anderer ist, weil es halt Geister sind und wenn man es auch noch in 3D hat, ist es schon echt übel. Ich habe von übernatürlicher Fotografie gehört, aber noch nie sowas gesehen. Die Jumpscares waren wirklich extrem gut gemacht, auch im 3D-Effekt. Was sagt sie? Spricht sie rückwärts? Sagt sie Bloody Mary? Das war auf jeden Fall meiner Meinung nach der beste Teil. Mike, hinter dir ist was. Shogga.